Ich habe gute Nachrichten für alle, die schlechte Nachrichten mögen. Heu, heu, heu! Sämtliche Flüge für den heutigen Tag sind ersatzlos gestrichen. Morgen früh wird der Flugverkehr wieder aufgenommen. Heu, heu, heu! Das behauptet dieser Hund schon seit Tagen. Hören Sie, für mich müssen Sie eine Ausnahme machen. Auf mich wartet ein ganzes Kamerathema. Heutzutage tritt doch jeder ein Fernsehen auf. Auf mich, ich diene den medizinischen Fortschritt. Ich bin auch etwas ganz Besonderes. Um mich kurz zu fassen, muss ich ein bisschen ausholen. Sie! Moment, als wenn hier jemand etwas Besonderes ist. Das sind das ja wohl wir beide. Das ist doch klar. Wir sind nämlich einmalig. Euch gibt es gleich zweimal. Aber ich bin der letzte Pandawerfer der ganzen Welt. Darum fliege ich immer erst der Klasse und stehe unter Atemschutz. Ich kann mich vielleicht ein bisschen frische Luft schnappen. Aber diese Gründe der Sicherheit müssen alle Tiere in der Animal Lounge bleiben. Animal Lounge? Animal Lounge? Für mich einen verlängerten. Nicht mehr Lounge, Animal Lounge. Genau, und den verlängerten. Lounge? Hat dir jemand was von Lounge gesagt? Blablabla Blablablabla Blablablabla Blablabla Blablabla Nicht anpassen Was ist das? Es ist schlecht Blablabla Blablabla Worf ist es? Blablabla Immer ein Überlaunch, das ist eigentlich gescheitend, der heißt hier auf Launch, 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 wir kommen jetzt nur so gesetzend. Hier ist es nicht mehr sicher. Der ganze Flughafen kann jeden Moment einstürzen. Dieser Flughafen kann nicht einstürzen! Herr Klackler, wann haben Sie das erste Mal gelogen? Daran kann ich mich nicht mehr so genau einstellen. Gut, das ist eine Lüge. Das erste Mal habe ich meine Eltern gelogen, und zwar mit Erfolg. Ach, die Kinder hätten ich geliebt. Hattest du nicht direkt auf, wie du auf Twitter lässt? Nein, ich ziehe jetzt ein Tore! Habt ihr doch nie gelogen? Nie? Das ist ein Warenuntersteller. Jedes Tier lügt mindestens 200 Mal am Tag. Aber hier, der Animal Launch liegt, sobald ihr das Maul abmacht. Oder nicht schnappt. Ein Freund, ein Freund, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, ein guter Freund, ein guter Freund, ein guter Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Drum sei doch nicht betrügt, wenn der guter Freund nicht weht. Und jetzt strüß nicht wirger концache, wer schlappt. Abgestürt das Kind the bester Freund